Hallo und herzlich willkommen bei Iris Landschaften. Mein Name ist Iris Winkenbach, ich bin Landschaftsarchitektin und Autorin des Blumenbeete-Buches. Im heutigen Video gebe ich dir wertvolle Tipps und Inspiration zu folgenden Themen. Es geht um die 12 beliebtesten Zwiebelpflanzen im Frühling. Also warum liebe ich? Ich bin ja Landschaftsarchitektin, mache ganz viele Blumenbeete und ich liebe Zwiebelpflanzen, weil sie es schaffen, die Blütezeit im Beet zu verlängern oder auch im Garten. Auch mag ich Zwiebelpflanzen, weil sie mich aus diesem Wintertief herausholen. Weil gerade nach Dezember könnte von mir aus der Winter vorbei sein und so im Februar, Anfang März wünsche ich mir einfach Blumen und gerade so Krokusse zum Beispiel, die holen mich dann aus dem Wintertief und ich weiß, der Frühling kommt. Jetzt gibt es drei ganz, ganz wichtige Punkte, die beachtet werden sollen. Also Zwiebelpflanzen, da sagt ja auch schon der Wort, es kommt ja die Pflanze aus der Zwiebel. Und der beste Zeitpunkt, um Zwiebelpflanzen in den Boden zu bringen, ist der Herbst. Also September, Oktober, November geht auch noch, im Dezember ist meist der Boden zugefroren. Aber stell dir vor, du hast mal gekauft Zwiebelpflanzen im Herbst, aber du hast es vergessen und es ist schon Winter. Was sollst du jetzt tun? Also es ist wichtig, dass du Zwiebelpflanzen, wenn du die kaufst, dann auch gleich in den Boden bringst. Falls es jetzt schon Winter ist, dann warte nicht bis zum Frühling, sondern setze die Zwiebelpflanzen in den Boden. Wichtig ist einfach, dass der Boden nicht gefroren ist, sonst kriegst du es nicht hin. Gut, jetzt ist vielleicht schon Frühling und du hast vergessen, Zwiebelpflanzen ins Beet zu bringen. Was machst du jetzt? Du kannst zum Beispiel Zwiebelpflanzen im Töpfchen kaufen und sie so ins Beet bringen. Oder gehen die Gernerei deines Vertrauens. Bei uns kann man Zwiebeln, kann man Tulpen kaufen und du könntest sie gleich mit den Zwiebeln zusammen kaufen. Oder auch Narzissen sind bei uns sehr beliebt oder Hyazinthen. Also dann kaufe es im Töpfchen und setze es so ins Beet. Oder warte halt bis zum nächsten Herbst, vielleicht hast du es dann wieder vergessen. Gut, jetzt zu den zwölf beliebtesten Zwiebelpflanzen, oder meinen zwölf Lieblingen. Erstens ist die Anemone, die Frühlingsanemone. Anemone Blanda Blue Shades, das ist jetzt eine spezielle, die weisse, die du jetzt gerade im Wald überall siehst. Das ist die Anemone Nemorosa, also die Frühlingsanemone, die einheimische. Dieses hübsche kleine Kerlchen blüht vom März bis zum April. Das Kerlchen wird etwa 12 cm hoch und mag sonnige bis halbschattige Standort. Mega süss. Dann der Elfenkrokus. Wirklich, der Krokus ist für mich so neben dem Schneeglöckchen der Sinnbild von jetzt kommt der Frühling. Die kleine Elfe ist wunderschön lavendellila und blüht vom Februar bis März. Sie wird etwa 10 cm hoch und mag sonnige bis halbschattige Standort. Also wenn ihr was im Frühling, im Februar haben wollt, dann sind das meistens kleine Pflänzchen. Aber die helfen, die haben keine Konkurrenz gefühlt im Februar. Dann der Winterling, Eriantis Hiemalis. Dieser Knirps blüht sonnig-gelb vom Februar bis März. Er wird etwa 5 bis 10 cm hoch und mag halbschattige Standorte. Viertens, das ist so eine märchenhafte Blume. Das ist die Schachbrettblume, Fritillaria meleagris. Diese zauberhafte Blüte besitzt ein Schachbrettmuster von April bis Mai. Diese märchenhafte Blume wird 30 cm hoch und mag sonnige bis halbschattige Plätze. Dann fünftens, das Schneeglöcklein. Das ist auch so ein typischer Frühjahrsblüher, mag ich auch sehr. Der mag halt diese halbschattigen bis schattigen Standorte. Dieses hübsche, zauberhafte Glöcklein blüht weiss von Februar bis März und wird auch wieder 10 bis 15 cm hoch. Dann haben wir noch ein zweites Schneeglöcklein, und zwar das Galanthus Blicatus. Das vorher war das Nivalis. Dieses hübsche Schneeglöcklein blüht weiss von Februar bis März. Das Schneeglöcklein wird 10 bis 15 cm hoch und mag halbschattige bis schattige Standorte. Ich persönlich bin ja Landschaftsarchitektin, bin mehr die Gestalterin. Deshalb mache ich mir jetzt nicht so der Gedanke um Untersorten. Aber es gibt so typische Sammler und die mögen halt die Sorten. Und gerade bei Schneeglöcklein weiss ich, dass es da auch in der Schweiz Sammler und Leidenschaften gibt. Und deshalb gibt es noch mehr verschiedene Schneeglöckleinsorten. Ich sage einfach, nimm mal eins, das was du im Handel findest. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, gibt es kurz eine unbezahlte Eigenwerbung, weil ich gerade aktuell zwei Kurse im Angebot habe. Die gebe ich vor Ort und den einen gebe ich sogar auch online. Bienenfreundliche Blumenbeete planen ist das erste, ich bin ja bekannt für Blumenbeete. Und der zweite ist, plane deinen Lieblingsgarten. Ich bin schon ganz viele Jahre Landschaftsarchitektin und es ist auch nicht der erste Kurs, den ich gebe. Mehr Infos findest du auf irislandschaften.ch, einfach in die Videobeschreibung schauen. Und ich bin ja die Iris, ich bin aber die grosse Iris und das hier ist die Zwergiris. Iris reticulata, diese kleine Iris blüht vom Februar bis März. Sie wird 10 bis 15 cm hoch und mag sonnige Standorte. Neben den Schneeglöcklein gibt es auch noch den Märzenbecher. Der Unterschied ist, dass der Märzenbecher spektakulärer aussieht, aber auch später blüht. Und zwar im März. Leukoium vernum. Dieser im März blühende Becher ist rein weiss. Er wird ca. 20 bis 30 cm hoch und mag sonnige bis halbschattige Plätze. Dann noch die wilde Narzisse. Irgendwie habe ich einen Revival für Narzissen. Ich mag die super, weil du kannst sie auch in den Halbschatten setzen. Unsere Kunden mögen die irgendwie sehr. Und deshalb habe ich im letzten Herbst ganz viele Narzissen gepflanzt. Hier eine wilde. An der wilde ist es cool, dass die früher blüht. Narzissus minor. Diese wilden Narzissen blühen Geld vom März bis April. Sie werden etwa 10 bis 15 cm hoch und mögen sonnige bis halbschattige Standorte. Eben das halbschattige macht es echt cool. Zehntens ist die Trompeten-Narzisse. Einfach nur so eine Sorte, eine bisschen speziellere Narzissus Pasternak. Diese königliche Narzisse blüht wunderbar gelb im April. Diese Narzisse wird etwa 20 bis 30 cm hoch und bevorzugt sonnige Orte. Und gerade so ab März, April, gerade im April haben wir dann die höheren Zwiebelpflanzen. Die ich auch sehr mag. Ich mag auch Tulpen über alles. Und dann schauen wir uns noch den zweiblättrigen Blaustern an, das Killabifolia. Dieser zweiblättige Blaustern blüht im März. Er wird ca. 10 cm hoch und mag sonnige bis schattige Plätze. Also sehr spannend hier, dass man wirklich von der Sonne bis in den Schatten gehen kann mit dem Blausternchen. Und dass es halt auch blau ist und kommt auch sehr früh im März. Und das andere Blausternchen, sagen wir mal der grosse Bruder, obwohl er gleich gross ist. Der bekanntere Bruder ist das Killa Siberica. Dieser blau blühende Stern ist im März bis April sichtbar. Er wird etwa 10 cm hoch und mag auch sonnige bis schattige Orte. Ich mag das auch, wenn das so im Rasen verwildert. Da gibt es auch ganz schöne Naturstandorte, so unter Bäumen. Genau. Falls du jetzt Fragen an mich hast, dann stelle die doch einfach unten in die Kommentare. Und ich habe natürlich auch eine Frage an dich. Verrate es mir doch in den Kommentaren, welches ist deine liebste Zwiebelpflanze. Lass uns gerne eine Sammlung unten in den Kommentaren machen. Verrate mir, welches deine liebste Zwiebelpflanze ist. Ich habe dir jetzt meine 12 Lieblinge genannt. Lebe deine Gartenträume und das Blumenbeetebuch der Iris Winkenbach unterstützt dich dabei. Gerne verlinke ich dir noch weitere inspirierende Videos zum Thema Garten- und Bettgestaltung.